Die Austria ist großteils spielbestimmend, doch die Finnen erzielen mit ihrer ersten Torschau und somit etwas Mithilfe von Marvin Martins das 1-2-0. Santeri Harala bringt das Heimteam in den Moment. Schafft durch Lukas Galvao noch den Anschlusstreffer und sorgt somit für eine machbare Ausgangslage im Rückspiel zu Hause kommenden Mittwoch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017